Hola hola! Soy Tomás, dein Lieblingsspanischlehrer und das ist das zweite Video über die Idee, die ich schon mit euch letzte Woche gesprochen habe in einem anderen Video. Es geht über Unterstützung für diesen Kanal. Also zuerst vielen, vielen lieben Dank, muchísimas gracias, ihr habt viele Kommentare hintergelassen und viele schöne Ideen und eure Meinungen ausgetoppt, das war sehr schön zu lesen und so einen Kontakt, so einen direkten Kontakt mit euch zu haben, das war wirklich, wirklich schön. Also, wie ich letzte Woche gesagt habe, die Idee vom Patreon ist, diesen Kanal unterstützen zu können, weil die Arbeit ich schon hier für euch mache, ja, das ist die Hauptidee, das ist die Hauptidee, das wollte ich ganz klar lassen, dass ich mit diesem Kanal weiter machen kann. Dann, ich arbeite schon mit Patreon, am nächsten Sonntag, der 1. November, werde ich den Patreon des Kanals veröffentlichen, für euch. Ich werde das in einem anderen Video erklären, alles im Detail erklären, wie es funktioniert, was genau ich dort jetzt mache, ich bin aufgeregt, ich bin aufgeregt, estoy emocionado. Viele haben auch gesagt, dass für sie eine bessere Option wäre PayPal, ich recherchiere auch darüber, vielleicht mache ich beide parallel gleichzeitig, mal schauen, aber ich erzähle euch am nächsten Sonntag. Also, jetzt arbeite ich mit Patreon, ich organisiere die Webseite, alles das dort sein wird, das mache ich jetzt. Und wie gesagt, nächste Woche am Sonntag soll alles bereit sein. Ich bin aufgeregt. Also, als letztes, falls ihr noch etwas einfällt oder noch eine Idee oder einen Kommentar hinterlassen möchte, bitte macht es jetzt! Eso es todo por hoy, muchas gracias por escucharme, vielen Dank fürs Hören und hasta el próximo Domingo. Bis zum nächsten Sonntag. Adios!